Der Mann mit der 3 auf dem Rücken von Düsseldorf, Koji Matsushita, gewann 21-13. Nun also der entscheidende, der dritte Durchgang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 1 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 8 9 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 13 15 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 16 16 16 17 16 17 16 t 16 17 18 18 Das war's. Vielen Dank.